Willkommen zurück zu Captain Toad Treasurer Tracker. Mal umschauen, wäre vielleicht nicht verkehrt. Heee? Captain Toad kann gar nichts und das kann er besonders gut. Das gibt's nicht! Was zum Teufel? Wie soll es denn? Die Tante hält doch den... Oh mein Gott! Da ist die Spitzsacke! Nimm doch die Spitzsacke! Toad entkennt sich nicht mit Minecraft aus, oder was? Äh... Nimm doch die Spitzsacke! Wir haben sie alle getötet! Getötet! Weibliche Todstimme! Oh yeah! Die haben auch einen ganz eigenen Namen! Geister! Ich kann jetzt die Cranky-Stimme, kann ich jetzt besonders gut inzwischen! What the fuck? Wir jetzt trotzdem wissen, was hier ist und weh, es ist nichts Vernünftiges! Das war nicht vernünftig! Gut, bleibt nur zu hoffen, dass die Mission ist! Sammle 70 Münzen! Idiot! Bald haben wir ja alles offen! Dann gibt's doch keine Fragen mehr! Juhu! Das wär... Das Ende? Ging wie geölt, ne? Also der Schwierkeitsgrad hat nicht mehr zugenommen! Muss man einfach so sagen! Ich glaub auch nicht, dass er sich so... Geheimer Goldpilz! Lass mich in Ruhe mit deinem Goldpilz! Den find ich nie! Ich hasse die Goldpilze! Geh weg! Den betätigen! Dann den! Und ich bin irgendwie immer noch da! Aber das eine war irgendwie richtig geclitcht! Fast schon! Ich bin Schalterbetätiger und bin unten geblieben! Na, mal gucken! Der Level an sich ging schnell um die Ecke! Was gehört dazu? Schalter nur achtmal betätigt! Das war wohl nicht der Fall? Na gut, dann nicht alles! Die Zeit ist sowieso begrenzt und... Ach, da geht's weiter! Ich hab's nicht gesehen! Nicht auf Anhieb! Hab's nicht auf Anhieb gesehen! Aber der Weg, den wir eingeschlagen haben, der war richtig gut! Ich hab keinen Versuch mehr, oder was? Nein! Voll verdüstbattelt! Ich wäre fast zum Goldpilz gekommen, aber... Nein, gut! Gib ein bisschen Stoff, bitte! Drück auf die Tube, mein kleiner Bube! Ole, ole, ola! Bärme! Na, aber er hat sich erschrocken! Mir egal! Nein! Alter! Das muss man auch erstmal hinkriegen! Eins! Zwei! Feil! Geil! Nice! Styler! Geiler! Pfosten! Und Pfeiler! Ach, da gibt's sogar ein Geräusch! Hab ich das letzte Mal gar nicht gehört! Ein Geräusch so... Yeah, das ist gelöst! Du kannst jetzt zum Stern rüberlaufen! Du hast es gecheckt! Du bist nicht so dumm! Du kannst jetzt in die Grundschule gehen! Okay, machen wir Münz-Party! Habt Bock auf Münz-Party! Yo, in the house! Uh, 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 uh! Here I go! Heute stoße ich Geräusche aus, es ist zu herrlich! Yes! Ich war aber immerhin ganz unten! Ich war im Geldspeicher von Dagobert Duck zugange! Captain Toad bedient sich! Was die Panzerknacker nicht schaffen, schafft unser pilziger Kollege! Drehwurm im Welten... Falsche Taste! Falsche Taste! Hey, ich hab ihn besiegt! Eine gute Idee, was? So, jetzt muss ich nochmal... Ich hab ihn besiegt! Ende aus, Mickey Mouse! Ja, der taucht einfach so wieder auf! Verdammt! Ist das gut, was ich hier tue? Nein, das war der Fail! Hm... Arrg! Ja... Es ist zum Verzweifeln! Gucken, was verlangt ist! Alter, alter! Nicht schlecht, Herr Specht! 160 Münzen! Ich hab 159! Ich bin... Mein Gott, ey! Was denn?! Oh! Ich hab nicht mehr nach unten gedrückt, ne? Das sah so aus, ich war auf der untersten Ebene, da hat sie kurz stillgehalten und ist dann erst runtergefallen, obwohl sie ihn nicht gedrückt hat. Äh, ganz so bescheuert bin ich auch wieder nicht. Oh mein Gott, was ist hier los? Was ist das denn? Und der macht es wenigstens kaputt, das find ich gut. Einen kleinen Fehler gemacht, ne? Fünf tausend! Fünf tausend! Fünf tausend! Fünf tausend! Moment! So schon mal überhaupt nicht! Da geh ich dir einfach die Leiter hoch! Fünf tausend! Untertitelung des ZDF, 2020